so ist jetzt durch sein aber ich glaube das reicht nicht ich glaube es reicht nicht so so schauen wir mal ach quatsch brauche ich ja gar nicht oder stein so rein ich kann doch stein auch so so geht doch alles dann kämen wir hier so aus zack da welche rein zack da welche rein ach da haben wir noch und da welche rein so steinziegel bei steinziegel könnte ich ja schon mal ein bisschen ist die frage wollen wir das jetzt so machen ich kann ja eh treffen hingen also stufen dann erwarten wir auch schon wieder leer schon wieder leer eh flub 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 30 stück werde ich nicht brauchen hoff ich sooo Gucken wir erstmal, wie weit wir damit kommen werden. So, entweder machen wir hier noch etwas Erde hin, oder auch nicht. So dran knüpft, ist ein bisschen doof, finde ich ein bisschen doof. So könnte man ja lassen, ne, muss ja nicht der perfekte Wieg sein. Es wird dunkel, dann sollte man eine Runde knacken gehen. Knack und Back. Knack und Back. Wuff. So. Wir haben ein bisschen Hunger. Wunderschön. Ich hab noch, naja wir haben noch. Wir haben noch, alles gut. Will ich jetzt gerade nur, ob das so gut war, was ich ja gemacht hab. Ich hab noch never handy. Wenn ich jetzt noch welche, mir wäre das ganz schön. Ich hab noch nie gedacht. Ich will sie noch nicht. Kann man die da auch noch mal reintun? Nein, kann ich nicht. Ah, Mann. Das ist ärgerlich. So. Der verbindet... Achso, nein, muss er gar nicht. Ähm. Könnt ihr die auch nur einheitlich... Äh, einseitig machen, ne? Dann könnte die auch einheitlich machen. Und das könnte man ja hier so als Weg schaggarten. Hm. Ja doch, kann man aber so machen Kann man so anbieten, finde ich Kann man so anbieten Ja, ich will nicht immer so viele machen Wann haben wir so viel von dem Zeus hier rumfliegen Und ja Den haben wir nicht fest So kann man es machen Sind da, wo die Platten kaputt gegangen sind Vielleicht so ein bisschen So, was mich interessieren würde Ehrlich gesagt Das macht man eigentlich nicht Wo kommen wir da unten hin Wo kommen wir da unten hin Treffen wir da irgendwo auf Monster Und wenn ja, warum Ich höre auf jeden Fall welche Oh guck mal, hier haben wir direkt Eisen gefüllt Ist ja auch schön Kann man ja mal mitnehmen Und Kohle Kohle geht auch Oh, und Eisen Eisen geht auch Eisen geht immer Ich will jetzt einfach noch wissen Ist hier irgendwo eine Höhle Wenn ja Dann müssen wir uns da irgendwie hinbauen Wir haben gerade so viel Kohle ausgegeben Von daher passt es ja Von daher passt es ja Wo sind hier welche Wo sind hier welche Pirsko Aber wo sind sie Das ist dann immer die Frage Wo sind sie Hier haben wir nochmal Kohle Nehmen wir auch mit So Ne Oh Haben wir noch eine Ne Habe ich denn dabei Ja, habe ich auch dabei Geht auch Wir können uns auch Eindritten Kraften Das ist Mr. Crafty bald Das ist natürlich verzaubern So, wir haben alles wieder schnell zu Hier Ich höre auch Ich sehe auch schon unterirdisch was Aber Das heißt ja nichts Das heißt bekanntlich ja nichts Wenn nichts heißt Heißt das auch nichts Oder so Alter, jetzt habe ich mich erschreckt Von der Musik Hei 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 Ich muss natürlich Ah, hier ist irgendwas Auf jeden Fall ist hier Eisen Ich muss mir auf jeden Fall gerne mitnehmen Ah, ich höre euch doch Keine Sorge Aber schon mehr auf dem Ohr Auf dem Ohr Auf der Ohr Auf jeden Fall ist es dd die blöde sie können auch über mir sein Ist hier ne Höhen? Ist das für euch? Problem ist, ich hab hier gleich ein riesen Loch ausgehoben. Ah, guck mal, Eisen. Für Eisen haben wir ja Platz. Wir sind noch nicht auf der richtigen Spur. Jetzt die Frage, ist das unterirdisch rüber gehen müssen oder nicht? Das ist die Frage. Und ich wollte eigentlich gar nicht so weit gebuddelt haben. Ich dachte nämlich, es wäre relativ nah. Aber der Freund, der spendet sogar seine Sehne schon. Hm. Fast bei uns im Haus schon wieder. Was weiter geht. Die Türchen nicht. Ja. 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 Da sind wir bekloppt. Da kommen sie. Da sind sie halt so viele. Ich komm hier weg. Das war knapp. Okay, hier machen wir erstmal zu, weil wir da... So, dann haben wir noch einen schönen Durchgang. Ach guck mal, das Eisen, das nehmen wir mit. Toll. Jetzt haben wir das Eisen immer mit. Okay. So. 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 So.